Guten Morgen mit Julia Tobi hier bei Radio Eure Herz. Gleich wird es viertel sieben. Gestern war der erste Advent. So langsam machen sich alle Gedanken um Weihnachtsgeschenke. Und mit dem Weihnachtsgeschäft ist das aber heuer so ein Ding. Denn durch Inflation oder auch hohe Energiepreise sind viele Kunden wirklich zurückhaltender geworden. Schenken vielleicht auch weniger in diesem Jahr. Und das hat Auswirkungen. Na klar, das macht den Händler natürlich zu schaffen. Einigen besonders, sagt heute Morgen hier bei Radio Eure Herz Michael Spitzbart. Er ist der Chef von Bleed Clothing aus Helmbrechts. Und das ist ja ein Modelabel, das bei seinen Produkten eben besonders auf Nachhaltigkeit achtet. Also sowohl bei Material als auch bei den Lieferketten und bei der Produktion. Und genau diese nachhaltige Industrie, sagt er, leidet gerade besonders. Das ist jetzt nicht nur die Bekleidungsindustrie, die das trifft, sondern das sind auch kleine Bioläden. Da kaufen dann die Leute lieber die Bioprodukte vom Discounter zum Beispiel. Unverpackt Läden. Es ist einfach so, dass wir so ein Stück teurer sind einfach als die konventionelle Ware, die man so kriegt. Es ist schon so, dass man jetzt für eine nachhaltige Jeans einfach 10, 20 Euro mehr zahlt. Die werden dann halt leider Gottes eingespart. Das ist zwar, sage ich immer, das Sparen am falschen Fleck, weil letzten Endes hält natürlich so eine Jeans auch länger als eine billig produzierte Jeans. Und Michael sagt auch ganz offen, also sein Unternehmen, das er vor über 10 Jahren gegründet hat, ist wirklich momentan in Gefahr, weil eben viele Menschen zurückhaltend sind. Banken geben auch keine Kredite oder sind nicht mehr so risikofreudig. Und deshalb hat er sich mit seinem Team was überlegt, wie denn Plied erhalten bleiben kann und wie man über den Winter kommt. Und tolle Idee, die wollen wir euch kurz vor halb acht hier bei Radio Eure Herz dann vorstellen. Guten Morgen. Euch erstmal einen schönen Montag. Morgen. Julia und Tobi sind hier. Guten Morgen. Guten Morgen. Euch um 8.47 Uhr. Ja, nachhaltige Unternehmen haben wir hier bei uns in der Region, die eben auf Regionales setzen oder eben wirklich mit Nachhaltigkeit ihr Geld verdienen und dem Planeten damit vor allem was Gutes tun wollen. Bleed Clothing zum Beispiel aus Helmbrechts gehört dazu, aber die geraten immer mehr in Schwierigkeiten oder in eine Krise. Wir wollen uns heute Morgen mit euch mal darüber unterhalten und genau mit den Branchen, die im Moment eben auch zu kämpfen haben, weil sie auf Nachhaltigkeit setzen. Es ist ja oft so, wenn du das umsetzen möchtest, hängt natürlich auch dran, regionale Produktion, dementsprechend hochwertige Produkte und das kostet am Ende eben auch einfach mal ein paar Euro mehr. Aber diese paar Euro mehr haben viele gleichzeitig gerade eben nicht wegen dem großen Energiethema, das ja uns alle im Moment auch bewegt und belastet. Und das ist eben wirklich ein großer Kampf gerade für viele Branchen, denen das eben wichtig ist, sagt Michael Spitzbart von Bleed. Das ist jetzt nicht nur die Bekleidungsindustrie, die das trifft, sondern das sind auch kleine Bioläden. Da kaufen dann die Leute lieber die Bioprodukte vom Discounter zum Beispiel, Unverpacktläden. Es ist einfach so, dass wir so ein Stück teurer sind einfach als die konventionelle Ware, die man so kriegt. Es ist schon so, dass man jetzt für eine nachhaltige Jeans einfach 10, 20 Euro mehr zahlt. Die werden dann halt leider Gottes eingespart. Das ist zwar, sag ich immer, das Sparen am falschen Fleck, weil letzten Endes hält natürlich so eine Jeans auch länger als eine billig produzierte Jeans. Und das wirkt sich jetzt aber trotzdem auf Bleed aus und ich finde es wahnsinnig mutig und auch cool, dass Bleed jetzt sagt, wir gehen an die Öffentlichkeit und reden über dieses Thema, weil es uns eben gerade beschäftigt und auch nicht gut geht. Banken geben kein Geld, Investoren wollen sie nicht haben bei Bleed, sie wollen unabhängig bleiben und sie wollen einfach nicht aufgeben und hatten jetzt eine klasse Idee, wie sie die Kunden und die Menschen in der Region mit einbinden. Und deswegen haben wir uns überlegt, erstmal überhaupt in die Öffentlichkeit zu gehen mit dem Thema, darüber zu sprechen, was eigentlich bei uns hinter den Kulissen abgeht. Die Leute wissen das einfach nicht, wie es der nachhaltigen Branche im Moment geht und dann wurde die Idee des Gutscheins geboren. Das ist ein Gutschein, den kann man erst in einem halben Jahr einlösen, also der bringt uns sozusagen, bringt uns dieses Mikroinvestment über den Winter. Und die Kunden haben dann ja auch eine Geldvermehrung davon, also der Gutschein ist dann nächstes Jahr ein paar Euro mehr wert und du kannst dann eben, dein regionales Label unterstützen. Ich glaube, wir müssen uns jetzt vielleicht mehr denn je entscheiden für Nachhaltigkeit, auch wenn es ein paar Euro teurer ist. Weil wenn wir jetzt wieder zurückfallen in die Billig- und Massenproduktion, dann tun wir, glaube ich, im Endeffekt dem Planeten nichts Gutes. Ja gut, aber genau das passiert gerade. Es ist halt irgendwie echt ein Umdenken im Kopf, brauche ich so vieles und ist es nicht einfach auch schlauer zu sagen, mir reicht auch noch mal ein Produkt, das aber dann hochwertig ist, von dem ich ja, weil es qualitativ natürlich auch eine ganz andere Geschichte ist, wohl auch länger was dann habe am Ende. Dann hast du ja auch wieder die Balance. Also kommt eigentlich auf jeden von uns an. Hier ist Radio Eure Herz am Montag. Die neue Woche mit uns hier bei Radio Eure Herz und ihr habt vielleicht morgens auch die Bambuszahnbürste im Einsatz oder dann über den Tag auch so, ja, nachhaltige Produkte wie wiederverwendbare Gemüsenetze, dann auch beim Thema Strohhalm, ne, jetzt vielleicht einen aus Glas oder so zu Hause, den man halt einfach jedes Mal wieder nutzen kann. Solche Produkte, ja, gibt's ja immer mehr. Sind auch teurer ein bisschen? Die sind ein bisschen teurer, ja klar, als die konventionellen Artikel, das stimmt, ja. Wenn aber das Geld fehlt und in der Situation sind wir gerade, dass viele ihr Geld für andere Dinge ausgeben müssen, eben Stichpunkt Energie, dann greifst du vielleicht dann doch auch eher mal wieder zu dem Billigartikel, der eben nicht nachhaltig hergestellt wurde, ne? Richtig und genau das ist echt ein Problem für nachhaltige Labels, wie zum Beispiel auch ein Modelabel hier bei uns in der Region, Bleed Clothing aus Helmbrechts. Die merken das auch und die haben damit im Moment echt zu kämpfen. Der Label-Chef ist Michael Spitzbart und sagt, es ist auch gar nicht so einfach jetzt dann irgendwie jetzt, ja, eine Lösung zu finden in der aktuellen Situation. Also du kannst ja auch nicht einfach als Marke sagen, ja, wir schleudern jetzt alles zum Billigpreis raus, ne? Wo andere wirklich 50% runterhauen, das würden wir niemals machen, weil das ist auch letzten Endes eine Entwertung der Ware und letzten Endes ist es natürlich auch von Menschenhand hergestellt und so weiter. Es braucht auch eine gewisse Wertschätzung und ich finde das einfach furchtbar, wenn man dann die Ware so desaströs runter reduziert. Wir machen das tatsächlich dann eher moderat, haben aber auch gesagt, also du kannst nicht von Sale zu Sale gehen. Das ist eigentlich der falsche Weg, weil letzten Endes steigen die Verkäufe halt mal kurz an und fallen dann eigentlich weiter runter, als sie vorher waren und du kannst regulärpreisig fast gar nichts mehr verkaufen. Das Team von BLEED hat sich deshalb jetzt was überlegt, dass man überlebt in den nächsten Monaten und Wochen, weil Banken sind jetzt auch nicht gerade so risikofreudig und geben dem Unternehmen einen Kredit. Also man hat einen besonderen Gutschein ins Leben gerufen und der gilt dann erst im kommenden Jahr und damit bekommt das Unternehmen jetzt von den Kunden erstmal über den Winter Geld. Und das Team hofft natürlich auch aufs Weihnachtsgeschäft, erzählt uns Designerin Lena Hofmann. Wir hoffen schon, dass die Leute da aus der Reserve kommen und einfach wieder Spaß dann haben, nachhaltige Produkte zu konsumieren und die auch zu verschenken. Wir merken ja jetzt durch die Aktion, die wir da gestartet haben, dass die Leute schon trotzdem auch Lust auf diese Produkte haben durchaus. Der Preis und auch die Angst der Leute einfach ein Stück weit, weil sie nicht wissen, was auf sie zukommt, auch finanziell noch. Das macht die Leute einfach sehr, sehr vorsichtig. Also momentan ist es echt, musst du dir vorstellen, so fühle ich das, wir stehen an einer Kreuzung und wir sind gerade dabei, falsch abzubiegen. Also entweder wieder zurück in den Massenkonsum und ins Billige, was total schädlich wäre für den Planeten. Oder wir gehen jetzt doch, auch wenn es ein bisschen schwieriger ist, den nachhaltigeren Weg. Und da müssten die Leute, glaube ich, sich doch, auch wenn es schwierig ist, manchmal mehr für die Nachhaltigkeit noch entscheiden, ja. Ja, ich glaube, wenn du das bewusst machst und weniger konsumierst, aber dafür dann eben vernünftig, ist es auch gut wunderbar aus. Kommt's aufs Gleiche, oder? Kommt's aufs Gleiche, ja. Radio, eure Herzen, morgen mit allen wichtigen Themen, auch gleich um halb acht wieder in unseren Nachrichten. Wir sind Julian Tobi. Guten Morgen. Morgen.